Boah lila Standort, was macht der eigentlich? Ist der Streibling? Ja Dann ist, ne ist er nicht, der ist nur ziemlich schwach Der ist oben drauf Ha, machen wir jetzt da 300 mal eher als wir Manz Durch den Das war ein Phoenix Pack, ein Shield Pack und Legendary Armour Da kommt das zweite Supply Ship Wo landet denn das? Danke Können wir noch zum biegen gehen? Welche biegen die da? Weil ich habe ja noch Nein, vielen, fuck off Willst du es haben hier, ich gebe es dir Ich meine das biegen müsste ich auch wieder benutzen oder? Ich glaube du kannst ihn nicht mehrfach benutzen, den gleichen biegen oder? Du kannst jeden biegen nur einmal benutzen, dachte ich Ich habe den eigentlich immer wieder benutzt Und das ist natürlich ein bisschen OP, wenn ich den gleichen biegen mehrfach benutzen kann Ja stimmt, das markiert wieder zum benutzen LOL Das ist natürlich ein bisschen krass Ich bin immer noch in dem Ring Guck mal, ich bin immer noch in dem Ring Guck mal, ich bin immer noch im Ring Guck mal, ich bin immer noch im Ring Das ist ein Standard Schaft Muss ich mal eben holen Ich bin gern da, oh oh, Gegner bei mir Hier vorne Ich glaube die haben mich auch entdeckt Auf mich Jo, die haben mich gesehen Oh, von der Seite Ich muss den Schieb raus Ja, kein Schild mehr Nur und Weise habe ich auch fast nichts mehr von irgendwas Oh Dann soll ich das abbrechen, was ich tue Das habe ich Das habe ich Aber ich habe nur ein weises Schild Dann lohnt sich das nicht Da hat kein Schild mehr einer von denen Oh, Granate, Granate, Granate Oh, die nehmen die Granaten Oh Einer ist unten, ne? Der letzte ist unten. Brauche ich denn mal Heilung. Ich auch. Ja, ich war der Meinung, ich höre aber jemanden, ich wollte erst feiten. Nice, dann kann ich mich auch heilen, jetzt in Ruhe. Dann kann ich mich auch in Ruhe jetzt heilen, sehr schön. Ey, ich schieb nicht meine Heildrohne weg, ja? Ich habe meine Lebensversicherung gerade. Hat er noch einen Beschleuniger, Ulti-Beschleuniger? Nö. Sie ist angesagt. Einer hat ja noch einen Spitfire gehabt, falls ihr auf Spitfire wechseln wolltet. Spitfire habe ich schon. Denken wir noch einen Standardschaft? Einen guten? Es ist nur ein normaler Standardschaft. Jetzt hatte ich einen Standardsstandardschaft. Jikes. Jikes. Wir müssten trotzdem dann uns langsam Richtung Dinges bewegen, wo die eigentlich hergekommen sind. Und sind nur noch drei Gegner. Ich sollte nur ein paar Schilds aufnehmen, ey. Jep. Ich hätte nur noch... Ich habe zwei Phoenix Kids und nur noch ein großes. Ich kann dir kleine geben. Nicht. Also ich kann dir kleine Schilds nehmen. Kleine nehme ich mir auch. Kleine habe ich auch keine mehr. Ich habe mich alle aufgebraucht gerade. Ja. 5 kann ich abgeben, dann habe ich noch einen 6er Stack im Reserver. Ja. Die sauge ich mal auf. Da hatte ich... Letzte Runde hatte ich irgendwie 24 oder so oder 30 zwischendurch von den kleinen. Ich brauche eine schwere Ammo. Ich habe 500 Schuss. Nö. Hier liegt noch mehr schwere Ammo. Ich höre Schüsse. Also vier Stuhlzimmer. Ja, aber das ist... Das wird gleich zu drei runter gehen. Das müsste da sein. Ja. Ja, ne. Wir kommen wieder zurück und dann auf der anderen Seite reingehen, weil wir sollen zurückgehen eigentlich. Ja, das ist eigentlich Quatsch, was wir hier gerade tun. Nämlich, wie das hier ist, ey. Kommen wir nicht hin. Noch mal Heavy Ammo. Nice. Über die Brücke oder direkt? Über die Brücke, sonst kommst du auch nicht da rüber. Doch, du kannst eine Mauer lang einfach. Ah, dann nimm mir die Brücke. Da kommst du wieder rein. Wenn du runter... ...untergehst. Pathfinder. Zunot. Ah, Pathfinder schon, ey. Komm mal da hoch oder sowas? Da hoch. Ja, kommst du auf jeden Fall. Da kannst du sogar campen. Aber du bist halt auf dem Silbertablett, ne. Wenn da jemand auf einer ähnlichen Höhe ist und Blick hat, hast du keine Deckung. Also null. Soll ich mal versuchen hochzugehen einfach mal? Ja. Hätte ich gesagt. Du bist in der Nacht, ja. Ach, direkt hier hoch? Ja. Viel Deckung hast du hier nicht. Das meine ich ja. Die Deckung ist nicht wahnsinnig premium. Guck mal hinter uns, wo wir gerade waren. Das ist natürlich ein... ...guten Ausblick hier oben. Ich guck, ob jemand durch den Damm kommt, wo wir waren. Andere Sachen müsst ihr im Blick behalten. Ich guck grad so ungefähr die Richtung Westen. Weiß Gott's Leben noch. Ja. Eins wurde halt ausgelöscht gerade. Und die können halt wirklich durch den Damm laufen. Ja, da kommt gerade im Nordwesten, kommt gerade ein Drop runter. Der wurde gerufen. Die Drops von der World kommen auch immer nur in der weißen Zone. Aber du hättest sogar noch mal gucken können, wo die nächste Zone hingeht. Verdammt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen spät. Äh, ja. Ist ein bisschen spät jetzt. Hätt mal dran decken können. Kannst du noch mal deinen Ulti setzen hier, oder? 60 Prozent... 60 Prozent habe ich jetzt. 70 Prozent. Da wird es sich fast nochmal lohnen, vielleicht nachzugucken. Schade, ich kann hier keinen Drop holen. Da oben. Wahrscheinlich nur... Da hast du die Deckung, wenn du da oben einen Drop holen könntest. Das wäre ziemlich sick. Da kommen sie, da kommen sie. Ich laufe weiter nach rechts. Die laufen da rein. Die wollen retten, die wollen retten, glaube ich. Zur Reststation da drungen. Nee, nee, da. Schießen, oder willst du da? Da hinten sind zwei. Abgeschossen. Aber die wissen noch nicht, dass ihr hier seid. Wir kämpfen sich gegenseitig irgendwie. Ich bin ein bisschen franzisch verschossen, jetzt nicht. Einen habe ich den Schild weggeschossen. Da oben drauf. Die rushen nicht, ich rushen nicht. Ich muss mal kurz ne großes Dinges reinhauen. Nein, genug. Bei mir. Weggelaufen. Setz ein Portal tatsächlich. Ja. Ich exicute mal eben. Für Schild. Am Schild habe ich jemanden gehittet. Wollen wir durchs Portal durch? Ne, ne, ne. Thermite Grenade, out. Ich werde nicht ausm... Äh, recht zu mir. Wow. Also wenig HP. Ich habe auch fast keine HP mehr. Muss raus. Ich brauche Leitarmor. Habe ich keine mehr. Keine... Ohhhh. Ich habe nicht mehr so viel. Ja. Wir haben hier vorne noch eine Leiche. Wir haben hier noch Leichen. Ja, vorhin gesagt. Wir haben hier noch Leichen. Ich bin jetzt auch runter. Also ich bin jetzt hier unten bei euch. Okay, der hat noch Leitarmor. Meine wird auch langsam geknappt. Ich würde mir hier nochmal was zum... Die werden außen rum in die Zone gelaufen sein. Ich würde mir doch eben hier die Scheiße. Nicht irgendwo hochziehen gehen sollen. Sag ich so Bescheid. Hier ist noch der Epic Armor. Ich habe schon. Aber Marvin, du hast keine... Keine Armor mehr fast, ne? Ja. Ich meine, ich kann den Pack geben. Äh, wenn wir da oben sind. Ein großes meinst du? Ja, ja. Wie gesagt, Ben, du siehst uns da oben? Ja, ich habe nur kleine. Ja, ich denke, ich sehe euch ungefähr, wo ihr seid, ja. Problem ist, dass wir jetzt keine Ahnung mehr haben, wo die sind. Das eine war noch irgendwo da hinten, aber... Brauchst du kleine Shieldpacks, Marvin? Ja, ja. Da seid ihr. Ja. Ich will aber gar nicht, glaube ich, dass wir alle da oben sind. Ich glaube, ich habe... Du musst ja nicht hochkommen. Wow, die bleibt in euch hängen. Hm. Geil. Lass uns einen Drop. Ich habe halt auch eine Sniper, und daher ist es gar nicht so kacke, wenn ich hier oben bin, aber das wir halt alle auf dem Haufen sind, ist so ein bisschen mein Problem. Was sollen die gegen uns machen jetzt gerade? Ich will nur, dass wir nicht alle auf den gleichen Winkel schießen. Darum geht es mir. Hm, man kann jetzt mich einfach wegpinnen und flenken und so einen Scheiß. Oh, fuck. Ich meine, ich kann eine Sippland runter machen. Ähm, 20 Prozent. Ja, drauf. Müsste reichen, ja. Ich hätte gesagt, wir gehen auf das dicke Gebäude dann direkt. Das haben wir echt wenig Deckung und das ist nicht mehr so wahnsinnig hoch, ne? Ja. Ja. Das Problem habe ich gerade so ein bisschen damit. Moment mal. Okay, irgendwas buggt da. Ich sehe an. Chester. Ich komme bis da rüber. Ich komme bis da rüber. Problem ist hier, dass wir keine Gegner sind. Das stürme ich gerade ein bisschen. Ja, es sind drei Squats noch. Also es sind zwei Gegner-Squats noch. Also eins vermutlich in der Richtung irgendwo. Kannst du sagen, dass einer schon in den Häusern ist? Komme ich nicht hoch? Weil es ist 100 Pro-Wähne in den Häusern. Aber die gucken halt null raus. Die haben überhaupt keinen Überblick, wo irgendwer kommt. Das ist ein bisschen irritierend. Wir müssen uns noch leid ankommen. Ich habe nicht bewegt oder nicht, wenn ich da hingeguckt habe. Ja, wir können auch reingehen. Ich habe auch mal gebambuselt. Gerade wurde mein Ding nicht beschossen. Das irritiert mich so ein bisschen. Hat der wirklich gesagt, get bamboozled? Ja. 45 Sekunden. Ich habe ihn bamboozlen. Der sagt mehrere Sachen. Aber unter anderem auch. Get bamboozled. You just got bamboozled. Ich sehe nichts. Es ist viel zu ruhig. What the fuck ist hier falsch? Es können vielleicht zwei Solos sein. Weil ich habe ja einen von den Executor dahinten, ne? Ja, da waren mehrere. Ja, da waren mehrere. Ich habe zwei executed. Wir haben mehrere gedowned und executed da gerade. Es könnten zwei Solos sein. Wir können doch schon reingehen jetzt. Oder ich werde langsam mal reingehen. Sollen wir drüber tragen? Marvin, Marvin, hau die Leinen. Hier unten. Ich komme ein bisschen später, wenn sie noch. Ich würde unter euch bleiben. Wobei, ne die... Wir können ja eh nur am Rand des Dings sein. Das ist schon blöd. Hier. Da ist einer. Hier hinten. Hier, mal kurz ne Schild-Batterie. Hier. Wegen der Abortnummer. Hier. Hier. Guck mal. Hier. Da haben wir uns gerade gegenwärtig gekämpft. Bin ich ganz sicher. im haus unter euch ist im haus waren wirklich zwei solos und die haben sich gegenseitig geklärt ich hätte gern hier ein stat wie viele gegner auf meine decoy geschossen haben ich glaube ja du bist wieder champion du kriegst 500 extra xp in einem match wo du champion bist und wenn du das halt aufrechterhalten kannst kriegst halt immer 100 extra xp einfach for free aber du kriegst auch 500 extra xp wegen du einfach stirbst als erstes du musst nur champion sein